Oh grün natürlich Oh hi Krieg ich überhaupt Orbs wenn ich das hier mache? Weiß ich gar nicht mehr Beziehungsweise hab ich noch nie drauf geachtet Nee dann krieg ich ja gar keine Aber man Haha was ist das denn? Muss man im Zirkus auftreten oder was? Naja gleich bin ich da Ach Hier sind wir Wo dieses Statuen Rätsel da war Wo ähm Hier ist das doch wo die Wo das Orakel da an dem An dem Seil hing oder nicht? Hier war das doch Ein Speicherpunkt Wieso ist hier ein Speicherpunkt? Hier wurde sonst gar nichts Moment Moment Ja Ne Moment War richtig? War nicht richtig? Doch war richtig Ja Ob das nur was bringen wir nicht hier nochmal hoch gehen? Wahrscheinlich nicht ne Ja Oh Wie kenne ich das? Wurde, aber zu früh Ares hat Athens Es gibt keine Hoffnung Keine Hoffnung Power Tierbeutel Boah Hm Hm Da schau mal einer an 2.000 2.000 Nein Ach das ist ein Scherz Witz 678 fehlen mir Das ist doch ein Witz Oh Final Battle Hat ein Spoiler So ne Scheiß Dann gibt's da nochmal Dick Oh Habs Habt ihr nicht noch so 2, 3 Gegner Die ihr mir entgegen schmeißen könnt? Verdammt Verdammt, verdammt Ja hier können wir nochmal alles voll machen Uiuiuiuiui Kratos hat die Kratus die 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 Seuss sieht was ihr kann machen? Sie auf Athena aber sie liegt vor mir und jetzt sogar habe an dem der die die kratus kam die also schon das besser überhaupt Was machst du, Vater? Du hast einen Bremsen-Mortal, um mich zu retten, den Tod der Krieg? Nach 1000 Jahren, die Pandora war endlich öffnet. Die Macht des Todes hat eröffnet. Du bist immer nur ein Immortal. Every bit as weak als der Tag, du hast mir geholfen, deine Leben zu retten. Ich bin nicht der gleiche Mann, du hast diesen Tag gefunden. Der Monster, du hast gegründet, hat zurückgebracht, um dich zu töten. Du hast keine Ahnung, was ein wirklicher Monster ist, Kratos. Hululul. Deine letzte Lenschen ist auf der Hand. Bereit um deine Familie zu sein, Spartan. Den muss man bestimmt eine ganze Menge ausweichen. Oh. Ich geh ab, ich bin Ares. Haha, wie klein Athen da ist, wie geil ist das denn? Okay, die Kamera ist alles andere als günstig. Soll ich mal... Oh, das gibt's auch wieder, ja dann. Auf geht's. Naja, noch nicht ganz. WTF? Ich kann schießen. Alter. Alter. Okay, das interessiert er auch nicht. Hu 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 hu. Alter, verdammt. Da bin ich wieder voll. Äh, hat die Kamera jetzt gerade wechselt? Weil ich's kann. Aua. Oha. 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 Na ja, ich schieß mit mit. Alter. Was? Was? Viel Spaß. Das sehe ich aber ein bisschen anders. Also die Hadesarmee ist ja echt übelmächtig. Ja, gib mir Dreck wieder hier den ganzen Kram zurück. Oh. Aua! Boah. Oh, das ist so f**k. Pfff. Wuhuuu. Alter, wie viel Obst gibt es nicht gerade? Was geht denn jetzt? Oh, das ist so f**k. Oh, das ist so f**k. Oh, das ist so f**k. Das ist so f**k. Oh, das ist so f**k. Das ist so f**k. Oh, das ist so f**k. Das ist so f**k. Oh, das ist so f**k. Ach. Oh. Oh, das ist so f**k. Ach, das kriegen wir auch ein. Strongest Charge Attack und Strongest Base Attack. Max. Oder Max. 3000. Oh, das kriegen wir auch ein. Scheiße, dann fehlt uns das Medusa Level 3 dann, oder wie? Was betrostet denn das? 7500, ja, am Arsch. Wir fehlen also 4500 Orbs ungefähr bis zu Max Out All Weapons, na dann. Oh, das ist so kombiniert. Oh, okay. Zieh dich. Alter Schwede. Komm, liebe Hardest Armee, mach mal hier noch fern. Meine Fresse, wie oft machen die Spinnern hat denn? Ja, genau, während ich in dem Modus bin, geht's nicht. Wie viel kommt denn in der Blutze? Oh, oh. Und kann da runterfallen. Man kann da runterfallen. Nein, nicht deine Familie schlagen, das sollst du doch gerade vermeiden, Mann. Wie? 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 Mein Gott, das ist ja nicht mehr langsam gut. Ach komm am Arsch. Ach komm am Arsch.